so meine Damen und Herren, willkommen hier zurück in einem neuen Folge von Landwirtschafts-Handler 2019, hier auf meinem wunderschönen Kanat und auch bald das Ende von YouTube ist in Sicht, denn ich habe gerade gelesen, der umstrittene Artikel 13 ist angenommen mit der Clubfassung 100 Stimmen Unterschied waren es, auf anderen Seiten wird man das noch genauer sehen, also Artikel 13 kommt, beziehungsweise der jetzige Titel des Artikels heißt Artikel 17, wenn man sich das wieder ausgedacht hat oder warum auch immer, wissen wir nicht, aber es heißt jetzt Artikel 17, wahrscheinlich damit man Nein zu Artikel 13 lassen kann aber gut, also das heißt bei uns bald YouTube, adieu, adieu, auf Wiedersehen oder auch nicht, wir wissen es ja noch nicht, wir wissen noch nicht, wie das dann alles umgesetzt wird oder was hier passiert und wir wissen bloß, es werden jetzt so viele Lizenzen und alles gebraucht, wenn man auf YouTube Videos, Musik oder sonst was hoch lädt wenn man auf Facebook irgendwas hoch lädt, Musik wird ja bestimmt auch davon betroffen sein, obwohl das eigentlich eine Plattform ist, die davon abhängig ist oder daraus besteht, audio-rechtliche Sachen zu benutzen meines Erachtens nach ich benutze ja immer freie Musik, aber wer weiß, vielleicht proben wir ja für die äh Spiele auch nie Lizenz aber teilweise steht es ja auch da, so der EU-berechtlichen geschützten Sachen aber die können auch eigentlich froh sein, dass äh, YouTuber sowas machen, dann, das ist doch kostenlose Werbung für die das kost, kostenloses Werbung für das Spiel also wenn ich ein Spieler finde, dann würde ich das annehmen und sagen, jo Leute, ihr könnt gerne Videos machen darüber ich bin voll gespannt, ob das ja noch in meinen Hänger hier reinpasst hier hänge ich schon wieder zwischen meinen Beinen so kommen wir mal hier zur Seite was steht unser nächster Plan an ich hab echt keinen Plaston schon mal ein Problem habe ich gestern schon gehabt also im gestrigen Park wahrscheinlich gestrigen Park was wollen das dann natürlich nicht, aber ach, ich geh nicht rein ich bin demnicherer der Kunde, ich will es von Graunisch so ich nehme mal den hier und guck mal, was wird eigentlich bestimmt genug da ja, perfekt dadurch, dass es ja weniger sind, ist ja hier alles perfekt heute könnte man natürlich von Spitter füllen aber gibt es natürlich nicht wie sieht das hier eigentlich aus wie verdichtet ist das also wir wollen ja noch einmal machen das heißt ja für uns wir haben dann hier ungefähr was soll das sein 50 irgendwie äh 30 120 vielleicht drin oder sowas mit Hoffnung die soll wachsen ich will das zum ersten Mal abernten relativ weit ist das schön ist doch das ist nicht die scheiße ist erst die Phase Mist Dauert also doch noch relativ lange scheinen leist hm ich wüsste ob das reinpasst oder nicht nein du musst es doch was machen die in der Zeit jetzt hier ich kann nichts machen ist doch schlimm das ist ja richtig schlimm wir können ja hier ein bisschen aufräumen aber das war es dann auch schon also Artikel 13 ist jetzt durchgekommen für uns alle eigentlich relativ schade eigentlich kann ich doch den hier verkaufen ne ja der würde mir aber kein Geld mehr bringen ja schon 7000 ich finde es auch stimmlich dass ich den Dings hier gekauft habe jetzt nicht gebietet habe 23 verkaufe ich den jetzt 7.000 sind 7.000 hätt ich eigentlich das Schild da lassen können aber pff da habe ich jetzt was da können wir nämlich jetzt mehr auf die großen Sachen gehen also auf die wie nenne ich denn das auf die halben Sachen also die halbe haben also fette halbe 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 keine Ahnung wie ich es das benennen soll da brauchen wir nämlich diese Artmaschinen erstmal nicht die Amazon verkauft alles krass das wechselt nach 8.000 8.000 1000 an mehr ungefähr weil ich das hingebracht habe statt abholen zu lassen 1.000 so schlecht wie lange geht der anbaut jetzt eigentlich schon muss ich ihn denn nicht schon wieder beenden weihe wir haben eigentlich nur steuert ja eh nicht aber trotzdem ist irgendwie so Ist er überhaupt vorbei? Hm Habe ich vielleicht eine Nachricht bekommen in der Zeit Ich habe eine geschrieben Da kann ich mich dran halten Ich habe davor eine Nachricht geschrieben 53 Ja doch, es ist eigentlich schon langsam wieder Müsste eigentlich schon bald wieder Schluss sein Das Gras drückt Das bauen wir ja alles nach Den haben wir jetzt auch mal ordentlich hinpacken Das kann ich nicht sagen Wenn ich den ganzen Part gefallen habe Gibt es noch oben, oder? Wenn ich den Daumen nach unten schreiben kann Mehr davon sind wir doch nicht Den Typ Ah, jetzt Hey, warum geht das nicht? Aber Ich muss auch mal die Taste loslassen Ich war Die Lenktaste So schön könnte es in unserer Farbenhaus stehen Nein Ach, das war so eine Scheiße mit dem Farbenhaus Das Farbenhaus war noch nicht die schlechte Scheiße Von den schlechten Scheißen Aber die schlechte Scheiße war ja gewesen Das sehe ich Mit den 3000 Mal Für die Pferde Das Problem mit dem Silo Das will die Scheiße scheißen Die hat mich ja arm gemacht Den kann ich nicht bewegen Aber den kann ich noch bewegen Den Kober Brauche ich eigentlich auch den Kober noch? Das sind die Saatmaschine, die Kober und Dings gleichzeitig Wir spezialisieren uns mal jetzt mehr auf die Tiere, Gras und auf das andere Das kriegen wir nämlich dann im nächsten Part raus Ob das nämlich Kober und Saatmaschine gleichzeitig ist Weil der Part ist vorbei Und wenn euch das gefallen hat Ihr kennt den ganzen Spruch Like die ganze Scheiße hier Lasst ein Abo da Und am nächsten Mal sagt ihr mir so wollt Ciao, ciao